Ich bin Mika Student und ich bin Fechter der Fechtgemeinschaft Recklinghausen. Ich möchte euch heute zu ein paar Sportübungen motivieren. Jetzt machen wir Liegestütz. Bei dem Liegestütz ist es sehr wichtig, dass man eine Linie zwischen den Füßen und dem Oberkörper bildet. Jetzt machen wir etwas für die Schultern. Wir gehen in den Unterarmstütz und öffnen den Oberkörper. Jetzt machen wir etwas für unsere Rückenmuskulatur. Wir legen uns auf den Bauch, strecken die Arme nach vorne und ziehen die Arme zum rechten Winkel an. Dabei heben wir den Oberkörper. Jetzt geben wir den Vierfüßlerstand. Wir führen den rechten Ellenbogen und das linke Knie zusammen und strecken beides aus. Jetzt gehen wir in den Unterarmstütz. Dabei ist es wichtig, dass der komplette Oberkörper und die Beine eine Linie bilden. Jetzt machen wir etwas für unsere Bauchmuskulatur. Erst für die mittlere Bauchmuskulatur und dann für die seitliche. Erst für die mittlere Bauchmuskulatur. Arc ощущ, dass der größte Digist ist eine Linie und die Beine nicht den За fall. Ist das also für die mittlere Bauchmuskulatur und sinnvoll? Wir Lorenzen kann meinet sein, dass wir eigentlich die Sedlinien des Haarschüerie verけど, Es gibt eine linee Weile, An하세요. Anange ist das centre und木 function Visa, denn also immer hier? Das ist das hier für dieк revealinguse Bastmid customer vor Ort heim. Jetzt machen wir etwas für unsere seitliche Bauchmuskulatur. Wir legen uns auf die Seite und heben das Becken hoch. Jetzt machen wir etwas für unsere vordere Oberschenkelmuskulatur. Lange Ausfälle nach vorne. Jetzt machen wir etwas für unsere Oberschenkel. Dafür stellen wir uns breitbeinig auf und setzen uns auf das eine Bein. Dann stehen wir auf und setzen uns auf das andere Bein. Jetzt machen wir Wandsitzen. Dafür lehnen wir uns an die Wand und gehen so weit runter, bis unsere Oberschenkel und unsere Waden einen 90 Grad Winkel haben. Jetzt machen wir etwas für unsere Oberschenkelaußenseite. Wir legen uns auf die Seite und heben das Bein seitlich hoch. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Viel Spaß beim weiteren Training und wir sehen uns bei der Fechtgemeinschaft Recklinghausen. Untertitelung des ZDF, 2020